Musik Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Inshallah, wir Geschwister von Muslimtyp wollen euch zu einem neuen Projekt einladen. Der Ebu Aliyah, der macht schon Hadith der Woche und ich wollte ein neues Projekt auch öffnen, Inshallah, und das wird heißen Erinnerung der Woche. Und somit fangen wir auch direkt an mit der Erinnerung. Es wird eine Erinnerung sein, die an mich und an euch, Inshallah, da draußen geht. Diese Erinnerung ist eine nützliche Sache für uns alle Muslime und davon haben wir wirklich einen großen, großen Nutzen. In dieser Erinnerung, natürlich ist das auch ein Hadith des Gesandten, Sallallahu alaihi wa sallam, in diesem Fall. Und das ist ein Hadith, den Mu'ad ibn Jebel berichtet. Mu'ad ibn Jebel, das war ein großartiger Gefährte des Propheten, Sallallahu alaihi wa sallam. Und wie die Rechtsgelehrten sagen, er gilt als der Gelehrteste unter den Sahaba, Radiallahu an. Er gilt als der Gelehrteste unter den Sahaba, Radiallahu an. Der Ibn Taymiyya bezeichnet ihn als ein Stern der Sahaba. Mu'ad ibn Jebel, Radiallahu an, berichtet uns von dem Gesandten, a.sallallahu alaihi wa sallam, einen sehr schönen Nasihah, bzw. ein Hadith. Der Gesandte sagt einen Hadith, bzw. sagt dem Mu'ad ibn Jebel eine Nasihah in diesem Fall. Er sagt, o Mu'ad, fürchte Allah, wo immer du bist, und lasse eine schlechte Tat, eine gute folgen, sie wird die schlechte Tat auslöschen, und behandle die Menschen mit gutem Benehmen. Überlieferte. Fürchte Allah, wo immer du bist. Und so gilt das auch für mich und für euch, liebe Geschwister. Egal wo wir sind, wir sollen Allah, Jalla Jalalu, fürchten. Weil Allah, Jalla Jalalu, uns sieht. Zweitens, lass eine gute, eine gute Tat folgen, wenn du eine schlechte Tat gemacht hast. Weil sie wird diese schlechte Tat löschen. Wir sind Menschen. Ich habe es oft gesagt, wir sind keine Melks, wir sind auch keine Heibans. Wir sind Menschen. Und wir begehen die schlechte Tat. Aber dafür, wir sind Muslime. Und wir sind Mo'amins. Und wir haben immer einen Joker. Das ist die gute Tat. Und lass eine gute Tat folgen, damit sie diese schlechte Tat löschen. Und als Letzter sagt er, und behandle die Menschen mit gutem Benehmen. So wie ich mit gutem Benehmen von anderen behandelt werden möchte, so will auch jeder aber Menschen mit gutem Benehmen behandeln. Also werden wir die Menschen mit gutem Benehmen behandeln. Denn das ist eine Psychologie, die der Koran und die Sunna uns lernt. Dass wir die Menschen mit einem guten Benehmen behandeln. Denn das gute Benehmen kann wirklich die Herzen drehen. Jazakallahu khairan. Das war die Masihah oder beziehungsweise die Erinnerung der Woche von Abu Mu'awiyah. Barakallahu feikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Das war die Masihah oder beziehungsweise die Erinnerung der Woche von Abu Mu'awiyah. Das war die Masihah oder beziehungsweise die Erinnerung der Woche von Abu Mu'awiyah. Untertitelung des ZDF, 2020